F***, wie du das? Das wird schon wieder so ne Sache, ey. Oh Mann, guck mal, ich drehe ich schnell in der Pfanne an. Mann! Hast du dir ein schwules Spiel fertig gebracht? Ja. Fakt's ja nie aus, wenn ich schon reihe. Das ist halt sinnvoll, ey. Was machen wir danach? Gehen wir wieder auf den Kinn drücken? Alter, ey, jetzt könntest du ja gleich machen. Fall in Schnauze! F***! Nein! Mecho, bitte! Hab doch nur noch ein paar Schuhe! Ja, ab mal! Ich hab mal überhaupt ein bisschen... Mecho, bitte, ey! F***! Ey, aber alle... Wir sind da alles nur hier gemacht, ne? Ja, so. Ich hätte ja... Ja! Ja! Ein bisschen dafür gefeiert, dass alle da... Ähm... Leute machen, wenn Leute hier das haben. Ja, die haben ja auch... 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 Die haben ja auch keine gedachte Dichter, ne? Ja, da heben sie dann so ein bisschen... Wo ich so einen Markt aufgebaut habe... Ja, das wär ich gar nicht... Ja, das wär ich gar nicht... Ja, der ist doch... Das ist doch geil! Das legt alles neu, ne? Ja, da war das für den Start... Das ist jetzt was, was wir zwei finden können... Ja, weiß nicht... Das ist doch... Ja, ich hab doch mal eine, ja! Die Ballackern, ne? Auf dem Haus... Nee, nee, nee! Fall die Schnauze, ey! Nein, der Nutzack hab ich... Waaah! Waaah! Waaah, den kommt! Waaah! 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 Die sind meistens nicht hin, als dann die Kleinen, die die ganzen Leibn hier sind, da wird sich Schwabbeine reinkommen. Ja, ja! Also meine Schuhe sind doch gerade bei der Fletschen, als... Ja, war die Fletschen! Waaah! 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 Vielen Dank.